Als vor gut zwei Wochen mein altes Gigaset-Handy seinen Geist aufgegeben hat, wurde es Zeit für ein neues Handy. Welches seht ihr ja jetzt schon oben im Titel. Heute im Saturn überraschte mich ein wirklich gutes Angebot. Das Samsung Galaxy S9 für nur 480 Euro in Ratenzahlung über zwei Jahre. Da habe ich natürlich zugeschlagen. Nachdem euer Handy kurz eingerichtet wurde, könnt ihr auch schon loslegen, eure Apps zu erkunden und nachzuschauen, ob auch wirklich alle Dateien von eurem vorherigen Handy darauf installiert wurden. Mit eingebaut ist auch der Sprachassistent Bixby. Dieser funktioniert bei mir noch nicht perfekt, da ich ihn noch nicht auf mich eingestellt habe. Zur Verfügung steht leider auch nur Englisch, aber andere Sprachen sollen laut Samsung noch integriert werden. Und da wir uns hier auf einem Kanal rund ums Filmen befinden, dürfen natürlich die Testbilder und Testvideos der Kamera nicht fehlen. Diese zeige ich euch natürlich direkt. Das ist ja, 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 das ist ja. Wir sehen uns hier, das ist ja, 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 das ist ja. Bis zum nächsten Mal.